meine tipps um eine entspannte rückenmuskulatur zu bekommen und auch zu behalten sind zum einen tipps die man beim reiten selbst der reiter selbst für sich ausprobieren kann zum beispiel muss ein pferd sehr sehr lange aufgewärmt sein zum beispiel zügel aus der hand kauen lassen dass sich ein pferd auch während der arbeit immer wieder strecken kann zum anderen nach dem reiten sind für mich physiotherapie zum beispiel ein punkt der sehr sehr wichtig ist akupunktur dry needling können dort verwendet werden aber auch einfache massagen hält helfen um eine rückenmuskulatur entspannt zu an du wett pferde lieben es